Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ich freue mich, denn wir stehen kurz davor, unseren 60. Stern zu holen. Und ihr wisst, was das bedeutet, oder? Das wäre sozusagen Bergfest. Ja, ich glaube zumindest, dass wir nur 120 Sterne sammeln können. Kann natürlich auch sein, dass ich da falsch liege. Was haben wir denn hier? Warte, Moment erstmal. Ich will sofort hier darauf los, aber ich weiß gar nicht, was wir überhaupt so alles haben und was wir nicht so haben, ne? Ah, ja, Ponichupfergalaxie, da haben wir alles. Okay, gut, dann werden wir uns wirklich um die Klappstadt kümmern. Und um meine Nase. Die juckt schon wieder. Ja, wer hätte es gedacht? Was soll ich denn hier tun? Kometenalarm! Was willst du von mir? Der lila Schmuck von Fräulein Schlummerli. Also, Sammel-Rolina München. Ach, Mann. Ja. Kein Bock, ne? Ach, ist wie es ist. Zwei Minuten, ach gut, wenn wir nur zwei Minuten dreißig Zeit haben, dann ist das ja auch schnell vorbei. Mit ein bisschen Glück. Oh. Ah, ach so. Uh, das ist blöd. Ah, ja, schon episch viel Zeit verloren. Jetzt. Ach, Gott sei Dank. Okay. Schauen wir mal, was wir reißen können. Ähm, ist da oben noch was? Ne. Okay, dann sind wir hier genau richtig. Aber ich glaube irgendwie fast, dass das Mist ist, was ich hier mache. Ganz ehrlich, das wird bestimmt schwierig und du musst den perfekten Weg kennen und ich kenne ihn doch gar nicht. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ah, okay, wir sind durchgekommen. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein, was ich hier tue. Hä? Das ist doch auch totale Scheiße. Ach so. Okay, jetzt. Nein. Oh, doch, habe ich. Oh, ich habe sie. Ich habe sie. Okay, aber. Ah, noch anderthalb Minuten. Ah, 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 ah. Ist irgendwo noch im Rahmen. Hoffe ich. Zumindest. Ja. Ich muss auch gestehen, hierzu fällt mir jetzt wirklich sehr wenig ein. Was ich euch da erzählen könnte. Da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Komm Mario, schneller, schneller, schneller. Genau, wir können mal hier unten rein. Und jetzt nach hier. Richtig, 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 richtig. Oh, ein Futsi, ey. Ist auch ein Futsi, oder? Ach, locker. Ah, easy. Da hat gar nichts los, ne. Hier nicht rumgeheulen. Kein rumgeheulen, sondern einfach machen. Sind wir hier auf dem Kindergeburtstag oder bei Super Mario Galaxy? Galaxy 2, dem wohl schwierigsten Spiel aller Zeiten. Hm. Meiner. Das ist also Stern Nummer 60. Naja, da hätte ich mir jetzt ein bisschen was erhofft, aber... Okay, nehm' ich hin, nehm' ich hin. Vor allem, da die nächste Welt ja so richtig, richtig eklig wird. Meine ich zumindest. Zu wissen. 60 Sterne. Herrlich. Galaxy komplett. Freut mich. Spiel wurde gespeichert. Du hattest vorher noch einen Brief. Den können wir uns ja jetzt mal abholen. Mein Lieber, auch wenn... Ach. Also dann, bis zum nächsten Mal. Irgendwie so hat der jetzt keinen Brief mehr für mich. Muss ich den dann immer pünktlich abholen, wenn ich das sehe? Boah, ich weiß gar nicht, warum ich immer bei diesem Spiel meine Nase am meisten umbringe. Wir haben die Ketten-Unfabrik, auf die ich keine Lust habe. Und wir haben die Glitzer-Strand-Galaxie, die... Oh, die ist... Da hab ich keine Ahnung. Das war was saukompliziertes. Ach, komm, wir fangen mit Kettenhund an. Die schaffen wir vielleicht nur in diesem Part, um dann im nächsten Part so richtig dick zu fählen. Oh ja. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Ist das schwierig? Kriegt man hier nicht diesen, diesen sagenumwobenen Sprungfeder-Mario, den ich nicht mag? Mit dem ich in Mario-Galaxie 1 so geärgert hat, dass ich das Spiel damals aufgehört habe zu spielen. War ich da auch in irgendeiner komischen... Ich glaube, ich war in so einer Spielzeugfabrik und hab das nicht hinbekommen. Ich bin da so gefailt. Ja, was soll ich denn hier machen? Achso, hier komm ich hoch, oder was? Oh. Die haben wir schon mal. Ja. Noob, 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 noob. Und da fällst du auch schon runter. Noob! In der Hause, ey, in der Hause. Bin ich schon, bin ich schon. Ja, ja, frisch von der Arbeit, Leute. Frisch von der Arbeit. Ah, guckt mal. Ich soll auch was ganz anderes machen, als ich so ein bisschen. Ah, wisst ihr was? Da bin ich hier über... ...Skill ohne Ende verfügen. Hm. Ihr habt ja mich dabei, also keine Panik. So, den will ich vorher haben. Und danach drücken wir da hinten diesen Schalter. Was tust du? Oh, das war eng. Der Schalter muss gedrückt werden. Aha, 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 warte. Oder auch nicht. Moment, ich kriege das hin. Ich kriege das... Aber der, der nervt mich doch. Der nervt mich doch dabei. Okay, da soll ich nicht hoch. Alles klar. Alles klar. Da soll ich nicht hoch. War vielleicht auch diese Kettenhund-Fabrik so nervig, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel hatte? Kann auch sein. Das nervt mich gerade schon wieder tierisch. Ach, komm, ey. Ist doch nicht wahr. Ui, immer jetzt schnell. So, jetzt hier runterrutschen. Ja, 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 ja. Hier den Weg freimachen. Warten, bis er kommt. Ja. Das sieht doch gut aus. Jetzt fällst du da rein und dadurch passiert... ...genau das hier. Damit habe ich gerechnet. Gute Arbeit. Ja. Jetzt ist er selber nicht besser gekonnt, ne? Ne, ne. Ein Speicherpunkt und ihr habt Probleme. Was macht er da bloß? Lasst es krachen! Ja? Warum? Ey, du bist doch... Arsch! Ein Arsch! Rüber da, rüber da, rüber da, rüber da, rüber da. Oh Gott, oh Gott. Ah, Paras, ey. Ich könnte Energie gebrochen. Am liebsten hätte ich jetzt wirklich Energie. Da kann ja auch ruhig ein Gegner kommen. Ist ja egal. Ja, da haben wir auch schon den ersten Gegner. Und ein extra Leben und München. Wunderbar. Alles schön. Und du kriegst dann auf den Sack. Gut, 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 gut. Eine schöne Welt, oder? Was meint ihr? Also, ich finde, es geht. Also, kann man durchaus mal machen. Ist jetzt nicht... ...das Beste... Oh. Puh. Ach. Ich will voll Energie, verdammt. Ähm. Was willst du von mir? Ach so. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Tut aber nicht Not. Okay, das braucht auch ganz schön lange. Nur mal so. Zum rüber... Aha. Der fällt jetzt runter. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Okay, okay, okay. Da habe ich schon wieder... ...nicht gut drüber nachgedacht. Ja, ich merke es schon. Ich sehe meine Fehler. Ich sehe meine Fehler. Keine Angst. Das sind jetzt nicht so schwierige Rätsel, dass ich sie niemals lösen könnte. Nee. Das ist noch alles gut im Rahmen. Das kriegen wir hin. Selbst ein Noob wie ich kriegt das hin. Ein dämlicher Casual-Spieler, der nichts kann. Aber es versuchen will. Ja. Und Versuch macht klug und Versuch zählt auch. Okay. Ach, das ist... Ja, ja. Ich erinnere mich. Das ist ja ein richtiges Rätsel-Level. Wir müssen den Goldenen hier reinkriegen. Dafür müssen wir immer rechtzeitig an bestimmten Punkten sein. Um den hoch zu katapultieren und all so ein Kram. Ah, nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich glaube, da war... Da war ein Checkpoint. War auch. Gott sei Dank. Hey. Ei, ei, ei. Oh, Mann. Mir fällt mir dazu gerade nicht ein. Lass mich in Ruhe. Ich würde am liebsten hier auch Feuer aufräumen. Ganz ehrlich. Können wir doch auch eigentlich, oder? Ja, ja, können wir. Mist! Mach ich. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte Münzen. Oh Gott. Ich sehe den Fail schon kommen. Ganz ehrlich, Leute. Ich sehe den Fail schon kommen. Aber wir haben hier zumindest freie Bahn. Und volle Energie gleich. So, jetzt müssen wir nur noch halbwegs versuchen, das hier hinzukriegen. Da kommt der Goldene. In drei, zwei, eins. Zu früh. Ja, ja, viel zu früh. Viel zu früh. Gott sei Dank kam die unendlich davon. Scheiße, ich darf es ruhig auch noch 5000 Mal versuchen. Das ist gar kein Problem. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist wieder blöd. Aber machbar, aber machbar. Hier schwenkt die Steuerung wieder so blöd um. So ganz komisch, ne? Ah, falsch. So, jetzt. Schneller. Wo muss ich hin? Hä, wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ach, da ist er schon im Ziel. Ich dachte gerade, ich müsste eventuell nochmal irgendwie was machen. Aber ich war gerade wirklich überfragt, wo ich jetzt hin muss. Ich meine, da kann ich ja nur zurück. Aber das passt. Wunderbar. Damit haben wir Stern 61 und eine neue Kometenmünze. Ah, Gott sei Dank war die so leicht versteckt. 61 Stern. 26, 26, boah, dann haben wir schon 26 Welten gesehen. Haben wir wirklich 26 Welten gesehen? Muss ja. Anders kommt das ja nicht zustande. Mario, ein Brief für dich. Hilfe gesucht. Ich habe da ein Anliegen für, dass ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Komm zur Bröselbrock-Galaxie. Ich warte dort auf dich, dein Hausmeister. Ih, Bröselbrock. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bröselbrock-Galaxie. Da hatte man diesen Felsen, Mario. Oh Mann. Ich mag nur meinen Mario im Normalzustand. Mario im Normalzustand. Das ist, glaube ich, echt der Beste. So, wo war die denn? Da, okay, das Hausmeister-Symbol ist noch da. Von daher. Gar kein Problem hier. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Auch mit. Hallo, Hausmeister. Wie geht's? Scheiße. Nimm mich an. Ich will's hoffen. Aber das rettet mich noch mal kurz vor der Kettenhundfabrik. Kolodilo auf Kollisionskurs. Meine Güte, was ist denn heute schon wieder los? Naja. Sagen wir lieber, wo der Hausmeister ist. Muss ich den jetzt auch noch suchen? Ja, das sollte ja wohl jetzt nicht das Problem sein. Wie mach ich das auf? Ich nehm mir jetzt einfach mal an, ich muss alle Gegner besiegen. Ist wie üblich halt. Ich meine auch, das haben wir letztes Mal bestimmt so gemacht. So schön. Ist das toll? Ist das nicht toll? Es ist ein Traum. So. Ein Traum. Ein Traum wird wahr. Mit Mario. Ja, okay. Da war die Kometenmünze. Hätte ja auch sein können, dass der da jetzt irgendwie drin ist. Ich meine, ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Oh, wir dürfen Balling spielen. Wii Sports. Ey, dafür hat man ein Wii Sports Let's Play. Ist das lustig? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Habe ich das überhaupt noch? Ja. Ja, ja. Das hätte ich ja nie im Leben verkauft. Ich meine, das würde ja keiner kaufen. Kann ich schlecht irgendwo hingebracht haben. Ja, ja. Ich bin da schnell mit solchen Sachen verkaufen, wenn es einfach nur Mist ist oder so. Oder ich es dann tatsächlich mal irgendwann durchgespielt habe und mir sicher bin, dass ich das Spiel nicht mehr spiele, dann lande ich das auch mal schnell im Ausguss. Ist halt so. Ist halt so. Ist nicht unbedingt schlau und so. Ich weiß, aber ich brauche Platz. Für neue Spiele. Bessere Spiele. Spiele, die tatsächlich Spaß machen. Spiele, die ich noch spielen will und nicht irgendwelche Sachen, die parotten. Wo ich davon auch noch ganz viel habe. Von Sachen, die ich sowieso... Jetzt! Lauf nicht immer weg! Von denen ich noch... Ja. Die ich wahrscheinlich nie wieder anpacken werde. Wo ist mein blöder Pilz? Pilz? Ah, jetzt muss ich die blöden Steine auch noch fertig machen, ne? Ah, oder dich. Dich oder beides? Das ist die Frage. Du reißt schon. So, ich nehme an den Pilz, nehme ich eh nicht mit. Brauchen wir den auch nicht. Wo ist der Hausmeister? Nur mal so, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass ich den ja suchen muss. Ah, ich glaube, ich erinnere mich sogar. Ich glaube, ich weiß es ja. Da irgendwie klingelt es gerade. Da ist er auch. Okay, dann bin ich bedrohend. Dann habe ich das doch mit etwas anderem verwechselt. Hey, du! Ihr Rübe! Du suchst einen Powerstern, wenn ich nicht... Ich habe neulich einen in einem Haufen Plunder entdeckt. Wie wäre es mit einem Tauschgeschäft? Ich hätte wirklich gerne eins dieser braunen Viecher. Wie wäre es also, wenn du einen hier herbringst? Ja, das sollte machbar sein. Ja, okay, ne? Das ist jetzt nicht so einfach, wie man denken sollte. Und... Oh, meine Nase! Ich raste aus! Ey, es reicht jetzt! Ja, das war auch gar nicht... Wo ist denn hier einer? Gumba? Gumba hier? Ich meine, der muss mich verfolgen. Problem an der Sache... Ich muss einen Gumba finden. Und der darf sich nicht überrollen lassen. Gumba. Gumba. Gumba? Das gibt's doch gar nicht. Hier ist gar keiner. Hey, Leute, hier ist doch gar kein Gumba. Ich brauche definitiv einen von hier. Also, ich muss nicht irgendwo durch die Weltgeschichte touren. Hier muss es einen geben. Ah! Wo ist denn mein... Wieso ist mein Pilz weg? Wieso ist mein Pilz weg? Hab ich da was nicht mitbekommen? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, nein! Mario! Ja, schnapp dir das! Schnapp dir das! Und das bitte auch! Springt auf! Bringt hier auf den Kopf! So, und jetzt suchen wir ganz verzweifelt einen Gumba. Sprechen. Was ist denn das hier? Wenn es knapp wäre, schieß einfach einen Sternteil auf, schimmern den Punkt am Boden. Eine Münze wird es scheinbar haben. Weiß ich doch. Hat schon noch... Ist hier einer drin? Ist auch keiner drin. Jetzt sehen wir noch nichts. Da ist einer... Ich fass es nicht. Hi! Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der Typ ist. Da. Ups. Wir haben noch Mist gemacht. Uh, 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 uh. Hier wollen wir aber jetzt. Bumba! Hey! Shit. Seht ihr? Da ist er platt. Genau wie ich es gesagt habe. Das ist keine gute Mission. Aber... Jetzt wird hier irgendwo ein neuer auftauchen. Oder auch nicht. Wie viele Versuche habe ich denn? Zwei? Hallo, Gumba. Arschloch, ey. Das... So. Hier bin ich. Nein. 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 Oh. Gott. Ja, ihr werdet euch jetzt denken, was für ein Noob. Was macht der da? Will der uns verarschen? Ja, das denkt ihr vollkommen zu Recht. Ich würde es ebenfalls denken. Und ich wäre auch genervt. Ach, das ist doch nicht... Ich weiß nicht. Also die Bröselbrokalaxie, ne? Die hat sowas an sich. Ah, jetzt verliere ich natürlich den dämlichen. Ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Ach, komm her. Ja. Aber hier gab es auch noch einen Pelz. Ich meine, hier gab es auch noch einen Pelz. Und wenn da oben jetzt auch einer drin wäre, dann wäre das gut. Und wenn nicht, dann wäre das echt endbeschissen. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich hier vorher alles kaputt. Das bringt es ja voll, oder? Ach, du Arsch, ey. Halt an. Halt doch an an den Stellen, wo ich das gerne hätte. Okay, was machen wir das denn? Ein Gumba. Wie gern ich dich mitnehmen würde. Aber das geht leider nicht. Mit ein bisschen Glück. Ist es jetzt wieder da. Aber irgendwie glaube ich nicht dran. Nee. Ja, das bedeutet, ich muss das Level neu starten. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Und dann schaffen wir es. So, Leute. Da sind wir wieder beim nächsten Versuch. Ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt. Einfach, um sicher zu gehen, dass ich das gleich schaffe. Und ja, die Chancen stehen gut. Na, Gumba. Gumba, 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 Gumba. Wir müssen hier nur zusehen, dass der Kugel-Willi vorbei ist. Ach, die Kugel-Willi. Hier der, ihr wisst schon, ich meine. Und da ist er auch schon. Ja, vollkommen einfach. Wie kann man sich da so dämlich bei anstellen? Das ist hier die ganz große Frage. Oh, was für süße Augen er hat. Vielen lieben Dank. Klasse, wie versprochen, kannst du jetzt diesen Power-Stein haben. Fabelhafte Arbeit, danke. Das war eine schwere Geburt. Wie so oft können einfache Aufgaben zu einer Qual werden, wenn man sich dumm anstellt. Etwas ist ja so wie im echten Leben halt. Und ja. Meine Güte. Passiert. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen, Leute. Hoffe ich zumindest auch nach diesem Mal-Wieder-Fail-Part. Es wird besser, klar. Es kommen immer wieder bessere Tage. Es kommen lechtere Tage. So ist das Leben halt. Galaxy komplett, Gott sei Dank. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.